Hallo Leute und herzlich Willkommen mal wieder zu was anderem und zwar zu Rocket League auf der Nintendo Switch Wenn ihr wollt, dass ich mal mehr Rocket League mal zocke, also jetzt nur von den Aufnahmen her, nicht jetzt unbedingt von den Livestreams her Dann könnt ihr mir jetzt schon mal gerne ein Like verpassen, Like geil, äh, bin ich nicht, aber egal, nur mal so als Erwähnung Und ja, es gibt einen speziellen Grund, warum ich hier ein Rocket League Video mache, das seht ihr nämlich genau hier Denn, äh, ich glaub, das war schon Ende November gewesen oder Anfang Dezember, dass es hier ein Weihnachtservent gibt Und dieses trägt den Namen Frostickes Fest und da steht alles so geschrieben Neue limitierte Gegenstände und Kisten, feiere die festliche Jahreszeit und sammle am Ende von Online-Matches Schneeflocken Löse deine Schneeflocken dann gegen Festtagsbelohnungen ein Du kannst auch neue zufällige auftauchende Event-Kisten voller exklusiver Inhalte einsammeln Freigeschaltete Kisten können auch gekauft werden Noch 14 Tage, 3 Stunden und 11 Minuten Und ja, die Schneeflocken bekommt man auf jeden Fall je nach Runde Egal, ob man gewinnt oder verliert, glaub ich sogar Und, ähm, die Schneeflocken können wir auf jeden Fall hier einlösen Ne, ne, das ist das Pack, was man bekommen, was hier also alles drin ist Das ist auf jeden Fall richtig geiler Stuff Und hier können wir dann unsere Schneeflocken 1000 da bekommen, weil auch schon recht nice Sachen, würde ich schon mal so behaupten Ist schon Ordentlich hier Was man hier bekommt Von, das finde ich auf jeden Fall richtig nice Und das ist eine Alternative zur Karte oder wie, deswegen, weil hier geschrieben steht Dekorierer können zum Freischalten von Kisten verwendet werden Also eine Alternative zu den Schlüsselkarten oder was für begrenzte Zeit oder wie So verstehe ich das jetzt irgendwie Naja, gut, egal Und dann haben wir noch Ne Kiste, das ist wahrscheinlich die, ja Dann Würde ich mal sagen Nehme ich irgendwas randomhaftes Eben dann nur normal oder passend zum Winter Diesen Modi, den jeder auch kennt Mit dem Puck, also Eishockey halt Mit dem Puck Ohne nur den Ball natürlich Mal schauen Und ja, wir sehen uns gleich hier in der ersten Runde Ja, und so wie es aussieht, werde ich gerade einfach mal so ein Nachgejoint, aber genau vor dem Tor vor allem, ne Macht wunderbaren Sinn Aber ja gut Ah ne, da ist er ja schon Aber ich sag schon mal gleich Ich bin nicht so der Rocket League Pro Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes Auch wenn das nicht gerade so das Gameplay So krass wird So Schon mal als Vorahnung So gut Bin noch Anfänger Ich muss öfters Rocket League zocken Aber momentan stelle ich mich eigentlich gar nicht so scheiße an Ja toll, der Boost wird mir auch noch geklaut Finde ich Wow Ja jetzt habe ich da dort diese Explosion von dem Rauch Habe ich das jetzt nicht gesehen Ah, scheiße Ja, klaut noch den Boost Jetzt habe ich nichts mehr Nö, ich nehme jetzt schon den Boost Jetzt dafür jetzt mit Weil ohne Boost geht ja schon mal gar nichts So, ich komme Vielleicht kriege ich ja was gebacken Nein Oh man, oh man Oh man, das wird nicht Das wird nicht Das wird, oder? Ja, okay Oh Oh mein Gott Okay Das wäre die Chance Das wäre die Chance Das wäre eventuell die Chance Komm, einer in die Mitte Nein Oh, das wäre richtig nice gewesen Da war sogar einer bereit gewesen Nein Ne, 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 ne Okay, gut Ich dachte schon Das wäre jetzt so behindert gewesen Wenn das jetzt so wäre Ah, der hat nicht viel gebracht Hat nicht viel gebracht Komm Geh mir den Boost Und nicht wundern Ich fahre öfters so normal mit der Kamera Weil ich kann mit Ballkamera Kann ich was gar nicht so Nein Das wäre so Nein Ne, ne Befreiungsschlag Ich habe den Ich habe den Punkt noch nicht mal berührt Was? Hä? 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 Ja, okay Doch Da habe ich noch noch berührt Habe ich noch nicht mal richtig gecheckt Achso Weil Achso Weil Weil einer von den Gegnern In dem Punkt getroffen hat Achso Ich dachte schon Hä? Ja, habe ich dadurch jetzt ein Tor bekommen Ich dachte schon Hä? Das war jetzt voll merkwürdig Aber ja gut Ne Kann Kann passieren Ich stelle mich gerade wirklich manchmal Äh, das ist dumm an Habe ich so das Gefühl Ja, schubsen Ist ja Standard Nein Nicht über diesen Nein Boost Äh, nein Äh Och, ne Das muss immer so versaut sein, ne Ach, komm Das war doch gar nicht mal so scheiße Naja, gut Ach, Mann Aber es war ein Lacktor Was ich ja wie Bekommen hab Näh Okay Es ging so Klau dich den Boots Von meiner Nase weg Junge Oh, scheiße Näh Wow Hat aber nicht viel gebracht Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, schieß den mal Wonders hin Wäre schon Sehr cool von dir Weg mit dem Puck Oh, da fliegt er Da fließt Könnte ein Schuss werden Äh Nice, Mann Nice Junge Ich wollte gerade das F-Fuck benutzen Egal Ich hab mich gefickt So So, jetzt hab ich's gesagt Ah, kacke Ne, wenn die jetzt noch einen Punkt bekommen Wollte ich schon sagen Fallkamera Bekommst du Info Wo der Puck ist gerade Ah, das war jetzt nicht so gut Ah Hätte klappen können Hätte klappen können Wo ist er? Okay, das geht noch so Nein Ah, das kann nicht sein Mach den weg Ballern Nein Ey, komm Das ist doch nicht wahr Ah, das sind zwar zwei Tore Die ich zwar selber gemacht hab Aber trotzdem So Ach, das ist unnötig, ne Das ist richtig unnötig Mann, ey Ne, komm Ihr könnt das ja mal machen Ich bleib mal hinten Vielleicht bringt das halt da was Du Arschloch Was war das gerade für ein Move Ne, komm War pissig Okay Es hat sich doch noch gelohnt Den Bus zu holen Nein Komm Nein Das kann Nein Nein Dass ich nicht ein Komm Weg mit dem Scheiß Alter Okay, sehr gut Oh Mann Oh Mann Komm, es muss einer In der Mitte sein Komm Komm Nein Ich will keinen Gleichstand haben Also für eine Verlängerung Hab ich nämlich keinen Bock drauf Hab ich echt keinen Bock drauf Nee Nein 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 Ey Mann Das kann nicht sein Was ist denn das für ein Scheiß Erstmal was Spam Unverdient Unverdient Dass noch ein Tier Noch in den letzten paar Sekunden Noch ein Tor machen muss Ey, sowas hasse ich Das ist übel zum Kotzen Und die paar Mini-Bonuspunkte Bekomme ich irgendwie auch nicht mehr Weil ich irgendwie nicht mehr Den Ball als erstes Treffen Weg mit dem Scheiß Dreck Ah Es kotzt mich an Ja, überhaupt nicht Verdient gewonnen Nein Toll verkackt Naja, wenigstens habe ich drei Schneeflocken bekommen Und verdienen das Sieg auf jeden Fall an dieser Stelle Weil ich einfach nur Scheiße finde Sowas asoziales Dass sowas noch passieren muss Vor allem heißen alle drei Leute genau gleich Ne, ich sag mal, eine neue Lobby Also, wir sehen uns gleich wieder So, nach gefühlten 15 Minuten oder so Wurde es auch mal Zeit Dass ich mal eine Lobby suche Ich wollte eigentlich Für die erstmal letzte Runde Auch wenn ich das alles zwar sowieso wegschneide Was unnötig ist Wie gesagt, das schneide ich zwar alles weg Aber das soll es erstmal gewesen sein Für den hier Machen wir die letzte Runde Und dann war es das Habe auch hier ein anderes Auto genommen Was sogar recht passend aussieht So, für das Umgestyle Sagen ich das mal Ah, Scheiße Der Ball ist ja genau bei mir Dann Oh, ah, Scheiße Ja, schubst mich ruhig Sogar die eigenen Teammates Haben es auch so nötig Wo ist der Ball? Da vorne Piss dich weg Ja, normalerweise müsste ich eigentlich auch zum Ball Aber ich Diesen Scheiß Boost So, davor geklaut Ist mir jetzt egal Oh, wenn der jetzt reingegangen wäre Wäre das jetzt so geil gewesen, ne? Ohne Witz Aber natürlich nicht Das ist übrigens Standard Geiler Versprecher Standard und kein Liga Weil wie gesagt Ich wollte ja eigentlich Liga machen Aber ich habe kein Schwein gefunden Aber ja, gut Ah, verdammt, Mann Yo Wenn erstmal welche von den Teammates flöten Find ich auch lustig Oh mein Gott Nein Och, nö, ne? Ey, das wäre so richtig Ein nicer Shot gewesen, ne? Ohne Witz Was machst du denn? Ja, schobst mich ruhig Alter, dieser Ball, ey Ich brauch Boost Scheiß, drehe den Ball einfach nicht Weil ich so dumm bin Verpiss dich, alter Mann Hast du auch gelernt Ey Ja, nur sogar einen eigenen Teammate, ne? Ist klar Geht er wenigstens rein Dankeschön Ein Gegner hat sogar geholfen Finde ich nice Richtig nice Auf jeden Fall So Oh, der war sogar sehr gut für den Anfang Ah, schade War aber klar Weil der Ball irgendwie Irgendwie zu weit war Ah, verdammt Jetzt steht es immer noch 1 zu 0 Auf jeden Fall Nein Ich schaffe den Ball einfach nicht Weil ich so dumm bin Wie gesagt Ich habe es am Anfang gesagt Ich bin nicht so gut im Rocket League Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes Nee 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 Okay, nur Pfosten Oh, Latte Wie peinlich So, und jetzt Und Oh mein Gott Leider nicht Leider nicht Aber das wäre richtig nice gewesen, ey Das wäre richtig nice gewesen Ey, nein Ey, nein Pfosten Ey, so viele Torchancen, ne Oh, ich habe so gerade den Ball noch getroffen Hör auf, wie ich so schubsse Oh mein Gott Oh mein Gott Aber leider Auf die andere Seite Etwas geworfen Leider Aber der Schuss war nice Der Schuss war richtig nice Ey, wo ist der Der Schuss war doch da unten, ey Ich kenne die Krise Ey, nee Sehe ich ja mal überhaupt nicht ein Nein In der letzten Minute noch Mann, nicht schon wieder Das kann nicht sein Hier rumgespammt Hier erst mal So Ne, komm Versuche ich erst gar nicht Komm Schlagt euch drum Oh, warum machst du den Ball nach hinten Ah, da ist der Ball wieder Weg mit dem Ball Das kann nicht sein Ey, das kann nicht sein Ah, schade Wäre das jetzt ein Tor gewesen Wäre das jetzt richtig geil gewesen Komm, macht irgendwas draus Mach auch was draus Mach den Ball rein Mach den Ball rein Mach den Ball rein Nein, ich bin dumm Ich bin dumm Danke fürs Rahmen Finde ich cool Mit meinem eigenen Teammate Alter, was für ein Lutscher War das dämlich Ach man Nein Ja, nochmal Boost Clown Finde ich cool Gönne ich mir hier nochmal was Nein Mann Hä Ich hab doch den Ball doch erst mal getroffen Was für ein Betrug Scheiße Als ob Hey, ich hab den doch Nö, nicht verdient Nicht verdient Nö, das seh ich nicht ein Äh, ja Wenn es euch trotzdem Auf jeden Fall gefallen hat Ja, gerne ein Like und so Ey, komm Das ist mir schon Das ist mir schon Wird echt so doof Ey Naja Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020